So, ich starte die Aufnahme. Halt, 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 ich will noch etwas zu Horrorspiel sagen. Und zwar, ich schaffe mir das ohne Spoiler, weil es ist halt so, wenn du... Das ist auch so ein Spoiler. Und wenn du zum Beispiel so was Silent Hill 3 sagst, das wäre nämlich eigentlich sogar nicht so doll, weil das habe ich noch nicht gespielt. Nee, nee, alles gut, alles gut. Also das kriegen wir auch so hin. Und ich rede bei Spoiler nicht unbedingt um Story, wobei das natürlich auch nicht verkehrt ist, aber bei Horrorspiels ist einer der wenige Spiele, wo ich dann doch auf sowas mal achte. Und was ist aber mit einem Hacks-Spoiler? Finde ich auch nicht so doll. Oh Gott, der war so kacke. Okay. Bitte. Nee, ich wollte sagen, viel schlimmer bei Horrorspiel finde ich Spoiler in Bezug auf, wo Jumpscares kommen und sowas, ne? Weil das nimmt den ganzen Witz aus dem Spiel, ne? Ja, ich finde teilweise auch krass, wenn jemand schon vorweg geht und sagt so, ey, es gibt voll den krassen Twist, dankeschön. Ja, das können wir alles gleich noch weiter diskutieren. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. In dem Sinne, herzlich willkommen, werte Freunde, werte Zuhörer, werte Zuschauer, zum Spieletreff unserem neuen alten Podcast. Mit dabei sind wieder der Skorpi und die Kyoko. Hallo. 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 Das heutige Thema lautet Horrorspiele. Wir wollten ein paar Genres austesten, beziehungsweise über Genre reden. Wir haben uns gedacht, wir fangen mit Horrorspielen an. Und die Frage würde sich, denke ich mal, als allererstes stellen, was macht ein gutes Horrorspiel aus? Was sagt ihr dazu? Das war dein Vorschlag. Ich muss persönlich sagen, das Wichtigste muss einfach die Atmosphäre sein. Es muss eine tolle Umgebung haben. Du musst dich je nach Spielart, klar, es gibt das Horrorspiel und das Horrorspiel. Also alle legen den Horror auf eine andere Ebene, würde ich sagen. Aber das Grundkonzept muss einfach stimmen. Diese Atmosphäre, diese beklemmende, bedrückende Gefühl, sage ich mal. Vielleicht noch mit einem guten Hauch Mysterium noch drumherum. Und das muss einfach stimmen, dass die Umgebung und generell die Atmosphäre dich ziemlich gut fesselt, finde ich. Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich hatte es tatsächlich einmal, da hat mich ein Horrorgame nicht so gefesselt. Das fühlte sich irgendwie einfach nur wie so ein Shooter an. Ich glaube, das war Resident Evil 5. Ja. Und dann dachte ich mir so, alter Schwede, selbst ich, die sich richtig dick einkackt bei Luigi's Manson, sitzt hier gegenüber irgendwelchen Zombies. Aber weil die Sonne so bolle scheint, habe ich irgendwie so... Ja, ich finde Resident Evil 5 ist ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil schon viele Resident Evil Teile da waren. Man kannte die Monster schon, aber das war nur ein kleiner Aspekt. Ich glaube wirklich, dass das ganze Setting drumherum, das einfach nicht gut aufgebaut wurde. Also Kyoko hat es gerade angesprochen, das Spiel war zu hell. Das ist der Hauptgrund gewesen. Also das Spiel war einfach, das spielt um knallige Sonne. Das ist heller als Super Mario. Das Spiel scheint mehr die Sonne als ein Verknall. Ja, da steht er so oft und wird geblendet von der Sonne. Also das ist schon irgendwie... Und dann ist es noch ein Koop-Shooter, das macht halt, das drückt den Horror auch noch. Ich meine, Koop-Shooter sind wirklich cool an sich. Also ich mag es sehr gerne, aber bei Horror-Games, ja. Also grundsätzlich, ich bin der Meinung, Horror im Multiplayer funktioniert nicht. Also es funktioniert ein bisschen. Ich habe zum Beispiel das Spiel Fretter der 13. Das ist ja eher so ein Multiplayer-Killer-Horrorspiel. Und das hat sogar einen ganz guten Horror-Stil, muss ich sagen. Das ist selbst im Multiplayer nicht schlecht. Aber das ist aber auch kein Shooter. Das ist ja immer was anderes, ne? Das ist auch nochmal als, in Anführungsstrichen, ja doch, ist ein Shooter-Horror-Game. Was man auch im Koop spielen kann, wäre Dead Space. Ich weiß nicht, ob man... Oh, nur eine dritte und eine dritte. Der dritte, genau. Wie war der... Ich habe auch nichts Gutes zugehört. Ich weiß nicht mal, ob ich Dead Space 3 gespielt habe, aber wie war der Koop-Anspekt dazu? Ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne... Das ist eigentlich genau dasselbe Problem wie beim 5er, äh, von Resident Evil 5. Es hat helle Stellen, es ist halt eben actionreicher durch den Koop und fertig. Deswegen ist es kaputt gewurstelt durch Multiplayer. Ja, also der Multiplayer wäre vielleicht so in dieser Dead Space-ing-Umgebung gegangen, aber ich hatte irgendwie... Also ich erinnere mich auch nur an so weiße Ecken, Blätten, keine Ahnung, sehr, sehr, sehr dunkel, als ich mir vor gefüllten Äonen da so ein bisschen von angeguckt hatte. Und das hatte mir halt so dieses Beklemmende von Raumstation und Monster und du hast halt... Also ich hatte bei Dead Space sonst immer so das Gefühl, du bist so gefangen und du kannst halt nicht wirklich weg. Du hast so einen engen Raum und wenn jetzt hier was passiert, dann musst du auf diesem Raum damit klarkommen. Und das würde vielleicht doch im Koop gehen, aber ich glaube, Dead Space 3 war dann wieder weitläufiger, oder? Also das Einzige, woran ich mich nur erinnern kann, wo Dead Space 1 rausgekommen ist, ich sehe es gerade, es war 2008, habe ich es gespielt, ich glaube für die 360 oder so kann das sein. Auf jeden Fall, es war ja ganz neu raus und sowas in der Richtung hatte man in der Zeit noch nicht gesehen, glaube ich. Aber das war aber auch kein Koop. Nee, 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 aber ich muss sagen, Dead Space 1 habe ich mich damals richtig eingeschissen. Also ich muss echt sagen, ich bin ziemlich abgebrüht, wenn es um Horrorgames geht, weil ich sehr viele schon gespielt habe. Aber Dead Space 1 damals war echt heftig, muss ich sagen. Also es war genau das, die Art von Horror, auf die ich zu der Zeit wirklich Bock drauf hatte. Das fand ich auch gut, aber ich muss betonen, dass ich im Nachhinein im Vergleich zu manchen anderen Spielen das dann doch nicht mehr so schlimm fand, weil auch Dead Space die Action hatte, selbst der Einser. Und das ist halt so, man wird, wie soll ich sagen, angeteasert durch gruselige Elemente, dann kommt ein Jumpscare und dann kommen fünf Monster und dann ist der Grusel weg. So ungefähr halt. Und das ist ähnlich wie bei Outlast. Es ist die ganze Zeit gruselig und sobald man dann zu einer Verfolgungsstelle kommt, wo am Anfang total panisch vonstatten geht, sobald man eine Minute rennt oder sowas, ist es nicht mehr gruselig. Dann ist es einfach nur noch Hetz, Hetz, Hetz. Da bin ich auch schon, apropos Outlast, ganz gut bei dem nächsten Punkt. Ich habe mir überlegt, nämlich wie wichtig ist euch die Story bei Horrorspielen? Weil wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel, also wir haben klar beide Schienen einmal, zum Beispiel die Silent Hill-Reihe zum Beispiel legt großen Wert auf Story und sowas alles und dieses beklemmende Gefühl. Outlast, was du gerade erwähnt hast zum Beispiel, fand ich, ist von der Story her kaum was zu sehen oder mitzukriegen großartig, außer man findet irgendwelche Briefe oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Also gerade, das sind zwei gute Beispiele. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe die Outlast Story wie uns verstanden. Die von Silent Hill habe ich nicht mal ansatzweise verstanden, deswegen war für mich die Story von Silent Hill nicht vorhanden. Ja gut, da ist wieder Interpretationsspielraum und alles großartig drin. Das finde ich aber auch in Ordnung, weil ich Story halt nicht brauche und für mich ist ein Horrorspiel, es soll gruselig sein und ich will einfach nur vom Anfang bis zum Ende kommen. Das ist alles, was ich brauche. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Slenderman, Slenderman, Slender, das zweite, wo man ja Story in Anführungszeichen durchspielt, finde ich das auch ziemlich gut, obwohl das eigentlich total irrelevant ist. Also ich bin ansonsten so storytechnisch da ein Freund von. Also ich habe gerne Story zu den Games und das muss tatsächlich nicht mal so, also mir so ins Gesicht gedruckt werden, dass ich das dann halt so alles sofort mitbekomme, weil so ich, also Outlast habe ich jetzt nicht gezockt, aber das hat so ein bisschen was wie Fallout, finde ich, weil du hast da auch sehr, sehr viele, wie heißen die komischen alten Computer da nochmal, jedenfalls diese Teile, die man hacken kann. Und da kriegt man ja sehr, sehr viel zum Beispiel von der Story von Fallout 4 mit. Oder halt auch zum Beispiel in Bioshock war ja auch nicht, dass man jedes Tape oder so bekommen hat, sondern man konnte sich dann da halt auch wirklich so hinsetzen und damit beschäftigen. Und ich finde das erstmal ganz gut, weil die Leute, die keinen Bock auf Story haben, die können es einfach ohne spielen. Die werden nicht belästigt und gut ist. Und ich bin eher da dann immer so ein Typ, wenn ich ein Spiel halt richtig flashig finde, ich möchte mich dann im Nachhinein damit beschäftigen. Und dann fange ich halt an, okay, was steckt eigentlich da dahinter? Ist da noch ein bisschen mehr oder so? Weil dann auch beim wiederholten Durchspielen auch vielleicht noch auf so ein paar Sachen mehr geachtet werden und dann fallen einem mehr Details auf. Und dann ist das halt immer so ein Häppchen. So, oh mein Gott, der Brief ist von der und der Person. Habe ich da nicht irgendwie? Und dann kann man nochmal gucken so, oh mein Gott, es gibt da tatsächlich Kontext und so. Und deswegen finde ich es tatsächlich, selbst wenn man, also wenn man popeliges Jump'n'Run macht und dann einfach so eine Hintergrundstory aufschreibt, so und so war es gedacht, dann sage ich mir, ja schon, habe ich noch ein bisschen Hintergrundwissen zu dem Ding, was ich so mag. Und da finde ich das halt bei Horrorgames dann auch ganz cool, wenn da halt noch so viel hinter steckt, weswegen ich auch die ganze Silent Hill-Reihe so krass gut finde. Ich kann damit zwar gar nichts anfangen, aber gerade das hat Otslas ganz viel. Diese ganz viel Zeug, das man insammeln kann, um durchzulesen. Ganz viel. Das ist der einzige Sammelkram im Spiel. Ja, da muss ich aber auch sagen, ich bin zum Beispiel auch ein Fan von Story generell bei allen Spielen. Aber wenn es so um Zettelkram geht oder Bücher, die man finden kann, nee, da bin ich mir dann doch zu faul für, muss ich sagen, um das irgendwie alles zu lesen. Wenn man bedenke, man will alle Bücher irgendwie von Skyrim lesen oder so, das ist, ich will nicht sagen praktisch unmöglich, aber da hat man zig Romane schon alleine, wenn man alle Texte lesen möchte. Aber ich muss sagen, ich habe gerade abgesehen jetzt vielleicht von Silent Hill überlegt, okay, welche Horrorgames haben, oder gute Horrorgames haben wirklich eine interessante Story auch dabei, wo wir jetzt wieder beim Punkt sind. Da muss ich sagen, ist mir auf Anhieb bis auf The Last of Us, das kann man als Horrorgame hinstellen, wie man möchte, sage ich mal, ob es jetzt wirklich eins ist oder nicht. Ich hatte Angst dabei. Aber da finde ich zum Beispiel ist die Story sehr, sehr groß auch und sehr viel im Vordergrund. Ansonsten bei vielen anderen Sachen muss ich sagen, dass Horrorgames nicht wirklich sehr stark Story-lastig oder gut Story-lastig auf jeden Fall rüberkommen. Ich will mal kurz was einwerfen. Wenn man Resident Evil 5 als Horrorgame bezeichnet, dann kann man The Last of Us von mir ist auch als Horrorgame bezeichnen. Ja, gut. Aber wenn man den Stammpunkt vertritt, dass Resident Evil kein Horrorspiel mehr ist, was ich zum Beispiel vertrete, weil es einfach zu Action-lastig ist oder andere Gründe, dann ist The Last of Us kein Horrorspiel. Ganz einfach. Ja, gut. Da muss man halt überlegen, okay, ab wann ist es kein Horrorspiel mehr zum Beispiel? Jetzt sobald das Action... Wenn der Horror nicht mehr im Fokus steht, dann ist es kein Horrorspiel mehr. Wie ist es denn dann zum Beispiel bei der Doom-Reihe? Das ist kein Horrorspiel, das ist ein Shooter. Okay, okay. Ganz einfach. Also... Es geht gar nicht drum herum, ich finde es auch kein Horrorspiel. Ich habe Doom. Ich habe Doom 2016, ne? Für mich ist Doom folgendermaßen. Ich gehe rein, da kommen hässliche Viecher und dann baller ich. Und dabei läuft so ein Metal-Dubstep-Remix. Ja, gut. Das ist cool. Aber da ist kein Horror drin. Das ist vielleicht Horror, weil es eklig und brutal ist, aber... Dann ist das tolle Comedy hat auch ein Horrorspiel, ne? Also, so ungefähr. Wenn wir dann noch dabei sind, ich wollte gerne Überleitungen zu Charakteren machen in Horrorspielen. Ich wollte zumindest zu dem ersten Punkt noch was sagen, weil da habe ich mich echt so bei Standpunkt vertreten. Und zwar, was für ein Horrorspiel ausmacht, ich wollte da nämlich was dazu sagen. Und zwar, ich finde, das kommt auch noch sehr drauf an, was einen wirklich gruselt. Also, was ein gutes Horrorspiel ist. Weil das ist nämlich, das ist extrem subjektiv. Subjektiv. Ja, ich meine, klar, dass wir hier subjektiv reden, ne? Aber... Ja, ne, aber ich meine, das ist bei Horror ganz extrem subjektiv, weil ich höre immer so... Ich habe einen Kumpel, der sagt immer, Resident Evil ist so gruselig. Das Spiel überhaupt, also er geht vom Ersten und so weiter, ne? Und die sind gut gemacht, definitiv. Tatsächlich ist es aber so, dass ich Silent Hill zum Beispiel deutlich gruseliger finde. Und das hat einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde Zombies nicht gruselig. Grundsätzlich freue ich mich zum Beispiel auf Resident Evil 2, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob mich das gruselig... Ich glaube auch, dass diese Zombie-Zeit so ein bisschen vorbei ist. Also Zombies werden mittlerweile in so vielen Spielen einfach irgendwie noch, in Anführungsstrichen, reingeklatscht und... Ich denke nicht, dass das das Problem ist. Manche sind darauf halt anfällig. Es ist nur so, es kommt darauf an, auf was es immer anfällig ist. Ich zum Beispiel bin ganz anfällig auf dieses Geister-Mädel-Kram. Das finde ich noch viel, viel schlimmer als das Zeug und Silent Hill. Also deswegen war auch PT so heftig, weil das ja sowas war. Und davon gibt es auch nicht so viele Spiele. Und 4 zum Beispiel wäre eigentlich ein schöner Ansatz, aber dann doch mehr Shooter. Ja, 4 ist definitiv auch wieder mehr Shooter in der Hinsicht. Der erste Teil ist, glaube ich, doch ziemlich starker Horror, während die zweite und dritte, glaube ich, dann doch mehr... Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, aber dann könnte dir Layers of Fear zum Beispiel auch gut gefallen. Nein, gerade das... Also, beziehungsweise, das ist zwar perfekt vom Ansatz, aber das ist dann zu viel Story. Also, ich habe es durchgespielt, ich bin auch im Kanal. Und ich fand es halt auch toll vom Design und so, aber ich fand es gar nicht so gruselig, weil es... Es klatscht mir halt einfach die ganze Zeit die Story ins Gesicht, aber ich komme eigentlich gar nicht dazu, um irgendwas zu genießen im Spiel, weil ich die ganze Zeit irgendwie... Aber nicht nur das, es gibt in dem Spiel keine Konsequenz. Du läufst einfach durch, das ist ein Walking Simulator, das ist so. Ja, wobei ich sagen muss, wie steht ihr denn dann zu Jumpscares? Weil bei mir zum Beispiel ist es so, an sich finde ich... Klar, man erschreckt sich so oder so. Aber ich muss sagen, Jumpscares finde ich okay, solange sie nicht zu oft kommen. Also, wenn, ich habe letztens mal, ich glaube, ähm, wie hieß das, Skoppy, wie hieß das Spiel nochmal mit Emily Wants2Play, glaube ich, ne? Genau, das hatte ich ja auch einmal kurz gespielt. Ja, es ist so ein kleines, willig gemachtes Indie-Spiel, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und jedes Mal, wenn irgendwie die Puppe da bei dir in der Nähe ist, kriegst du einen Jumpscare und das Spiel ist vorbei. Okay, und ich muss sagen, da war es wiederum das allererste Mal okay. Da habe ich mich richtig erschreckt, aber, ja gut, vielleicht beim zweiten und dritten Mal auch noch. Aber irgendwann war es einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil es mir auf die Nerven einfach nur noch gegangen ist. Ja, hast du überhaupt so weit gespielt, dass auch die andere Puppe kam? Nein, nicht mal. Oh mein Gott. Das ist doch der Witz an dem Spiel, das ist vergleichbar mit Five Nights at Freddy's. Das heißt, du spielst immer weiter und dadurch, dass du weiterspielst, kommen mehr Sachen, die dich erschrecke. Und du musst halt, du hast diesen Psychoterror, dass da nicht wirklich was kommt. Und es ist halt so, du findest, ganz am Anfang in dem Spiel findest du die ganze Puppe überall, sitze, bevor es losgeht. Und die ist dieses weiß-schwarze, also so weiß wie Puppe, so Porzellanpuppe mit so schwarzen Klamotten, schwarzem Hohre. Und die erschreckt dich nur, wenn du sie nicht anguckst. Also wenn sie da ist, musst du sie angucken, bis sie weg ist. Ach. Und dann musst du weitergehen. Und darum geht es. Du musst halt eine gewisse Zeit überleben halt. Und wenn du das schaffst, dann kommt die nächste Phase. Die nächste Phase ist mit dem Clown. Und der Clown ist so, wenn der auftaucht, dann musst du stehenbleiben. Du darfst stehen bewegen, sonst erschreckt er dich. Und dann kommt dann noch einer. Und das Interessante ist, dass ab einer gewissen Stufe komme die Inkombination. Und das ist so heftig. Bei einer von denen rennt er auf dich zu und so. Und das hat dann auch so kleine Geheimnisse, wo man räumen kann und so. Also natürlich ist es ein kleiner Indie-Titel, aber es ist genauso faszinierend wie zum Beispiel Five Nights at Freddy's. Das sind so Spiele, die sehr plump wirken. Aber mit ihrem komischen Psycho-Terror, mit der Jumpscares so gut spiele, dass sie eigentlich, also. Ich bin direkt bedient. Ich schaue mich auch extrem Five Nights at Freddy's mal probieren, weil ich ja dann schon in den Let's Plays, die ich da immer gucke, schon immer total Bammel vor diesen Jumpscares habe, weil ich die echt heftig finde. Also die sind, das sind ja nicht einfach nur, ja, more Jumpscares, sondern das sind ja noch so richtig krasse Jumpscares. Sie müssen gut platziert sein, finde ich. Es geht ja nicht nur ums Platziere, manche Jumpscares sind halt einfach so von der Qualität so krass. Ich weiss noch früher, die Jumpscares, die ich so aus den ersten Spielen, die ich gespielt habe, kannte, war sowas wie Resident Evil 4. Da gab es so eine Stelle, da kam so ein brennender Kerl aus einem Schrank raus. Irgendwo passiert das mal. Ja. Da habe ich mich damals brutal erschrockt. Ich dachte so, oh, voll krass. Und wenn ich so drüber nachdenke, was Five Nights at Freddy's zum Beispiel macht, oder eben dieses Emily Wants to Play. Diese recht laute Jumpscares, dieses wirklich instant ins Gesicht, dieses meistens noch mit so einem Ton wie DONG oder irgendetwas. Irgendwo hat es einem wirklich erschreckt. P.T. hat das halt auch gut gemacht mit diesem einen Jumpscare. Ja, aber... Der eine Jumpscare, der war so heftig. Ja, und da muss ich sagen, ist es wiederum weniger als mehr, weil da, P.T. hat auf diesen Jumpscare so viel aufgebaut, einfach sozusagen, dass du quasi, bevor der Jumpscare schon überhaupt gekommen ist, schon quasi mit den Nerven am Ende warst. Und da muss ich sagen, bin ich wieder auf meine Idee. Wie gesagt, es muss gut platziert sein und nicht irgendwie zu oft kommen, damit sowas auch gute Wirkung hat, weil es gibt nichts Schlimmeres in einem Horrorspiel, dass du einen Jumpscare erwartest, aber keiner kommt. Gerade das ist doch das Geile. Ja, genau, das meine ich ja. Das war auch ganz gut, weil gab es nicht diesen Treppensimulator, diesen Pseudo-gruseligen Zeit lang, wo man dann irgendwie runtergegangen ist und das ist immer mal so ein bisschen was anderes passiert. Und manchmal bist du tatsächlich dadurch, und es ist nichts passiert, aber alleine dadurch, dass du selber auch schon so diese miesen Durchgänge hattest, die dich teilweise auseinandergerissen haben, seelisch. Das ist wie bei P.T. dann ja auch. Also, dass das dann trotzdem immer noch so seinen Faktor hat. Also, wenn mal nichts passiert, finde ich das auch ganz okay. Wenn es nur die ganze Zeit nichts ist, das ist natürlich lame. Aber, ja, gut platziert müssen sie sein und da können sie teilweise auch, finde ich, selten sein oder tatsächlich mehr, aber dann halt auch vielleicht tatsächlich mit so einem Kniff wie bei Emily Wants to Play, sodass du halt, während du diese Jumpscares hast, erstmal so lernst, sag mal, was willst du verdammt nochmal von mir? Und dann später irgendwie so, oh, 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 und dann halt eben dann so, sag ich mal, weiterkommst. Was ich jetzt noch für ein anderes Thema oder eine Idee habe, zum Beispiel, was auch für mich dann Horror ist, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt abgesehen davon, dass man einfach nur weglaufen muss, in Anführungsstrichen, aber diese Hilflosigkeit einfach, wenn irgendwas kommt, sag ich mal, und du weißt, okay, du hast keine Chance einfach dabei. Sei es jetzt, ah, ja gut, Alien Isolation zum Beispiel, Clock Tower von damals zum Beispiel von 95, wo dieser Scherenmann mit dieser riesengroßen Schere einem hinterherläuft. Und da muss ich sagen, kriege ich auch schon irgendeinen... Vielleicht, das mit diesem einen Mädchen, Haunting Grounds, die ist doch da auch immer nur rumgelaufen. Ja, ähm, das finde ich rum auch wieder ganz interessant und man kriegt so ein bisschen Panik, weil man sehr schnell irgendwie reagieren muss und dann überleben muss. Outlast ist doch auch so. Ja, genau, Outlast ist auch so ein Beispiel, ähm, aber wenn es um so eine Spielmechanik geht, sag ich mal, darf es, finde ich, nicht immer so sein. Oder es muss gut gemacht sein, sag ich mal, dass es nicht langweilig wird, weil ich, ähm, möchte nur an Silent Hill Shattered Memories zum Beispiel erinnern. Ähm, da konnte man, äh, Silent Hill Shattered Memories war ein gutes Spiel eigentlich, hatte einen tollen Ansatz, anstatt dem Nebel hat man überall Eis gehabt. Ähm, also Schnee und Eis, war ziemlich, ziemlich cool von Story her, von, von allem drum und dran eigentlich. Das Gameplay an sich war aber scheiße, weil du konntest keinen einzigen Gegner besiegen, du musstest immer dich verstecken oder davor flüchten. Und irgendwann ging es mir so oft die Nerven, wo ich mir dachte so, boah, nimm doch einfach den Ast, der da liegt und hau dem Vieh ein auf die Fresse, mein Gott. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, da muss irgendwie das Feeling stimmen oder es irgendwie spannend gestaltet werden, dass es nicht irgendwie zu langweilig wird, dass man nicht nur wegrennt. Ja, auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite, also ich finde ja Silent Hill eigentlich eines der guten Beispiele, also die normalen anderen Silent Hill 2 zum Beispiel. Aber auch, also, all, jedes Element wieder, wird nervig, wenn es sich wiederholt. Ja, natürlich. Dann habe ich das selbe Problem, wenn ich da halt, wenn, wenn ich erst in dem Spiel auf den Trichter gekommen bin, wie man diese Monster besiegt, ne, dann, dann habe ich irgendwann, da kam ein Monster und ich dachte nur so, äh, schon wieder. Und dann bin ich hin und habe dann halt rufgeknüppelt oder rufgeschossen und dann dachte ich mir, äh, das macht halt auch diese, äh, die Spiele, bei denen man im Nahkampf fast komplett hilflos ist, ne. Also so richtig komplett. So, sowas wie halt eben Resident Evil, bei denen halt Nahkampfteils nur so kleines Messerchen ist, ne. Ja, ja. Wenn ich aufpassen muss, ähm, das macht die dann schon ein bisschen heftiger, weil da muss man dann immer so deutlich krasser auf die Munition achten und dann läuft man und denkt so, oh mein Gott, meine Munition. Und dann steht man irgendwann da und denkt so, oh scheiße, jetzt muss ich doch messern und so. Ja, ja, weil, ja gut, da ist auch wieder das, äh, Ding, dass du wenig Munition hast und, äh, in den alten Resident Evil Teilen Zombies extrem viel ausgehalten haben und das finde ich aber auch gar nicht mal schlecht, weil dadurch wird jeder einzelne Zombie zu einer wirklichen Bedrohung, sag ich mal. Bei Resident Evil 4 oder 5 oder so, wenn, wenn da mal einer irgendwie ist oder so, dann denkst du, ja, mein Gott, so, ne. Ähm, aber in den ersten Teilen, sobald da nur ein Zombie ist, musst du schon, oh shit, oh shit, oh shit, hat man irgendwie so ein bisschen in meinem Hinterkopf gehabt, finde ich. 7, da ist ja kröscht, hat's auch so. Das ist ganz gut. Ja, wie gesagt, 7 hab ich selber noch nicht gespielt. Resident Evil 7 war wie die alten, nur halt ein Eco-Shooter-Grafik. Achso, ja. Ja, ja, wie gesagt, ich hab's selber noch nicht gespielt, weil ich will's unbedingt in VR spielen, aber noch hat Resident Evil 7 irgendwie kein VR-Port für den PC bekommen, weshalb auch immer. Ich weiß nicht, dass was passiert, weil das ist exklusiv für PlayStation. Nee, nicht mehr. Die, der, der, die Exklusivrechte waren irgendwie nur irgendwie zwei Jahre oder so, ähm, und die müssten jetzt schon ausgelaufen sein. Okay. Ich glaub, für ein oder zwei Jahre hatte PlayStation das Exklusivrecht für die PlayStation VR und danach ist es halt verfallen. Also eigentheoretisch müssten sie es, oder könnten sie es jetzt für die, äh, Vive oder die Oculus eigentlich rausbringen. Äh, ich hoffe, das passiert noch, ansonsten muss ich mal schauen, dass ich mir günstig vielleicht eine VR hole für PlayStation. Ähm, ja. Hast du auch eine für PC? Nee, äh, ja, doch. Oh Gott, doch. Die wäre nämlich auch teurer, wenn ich nochmal betone. Ja, ja, klar. Ähm, äh, ich wollte, heute wollte ich gerade was zu... Wie wichtig sind euch denn die einzelnen Charaktere in Horrorspielen? Sehr leider. Also ich bin da, also ich muss mich nicht mit dem Charakter identifizieren, aber ich muss sie sympathisch finden, weil sonst, äh, hab ich halt richtig keinen Bock auf die und bin halt tatsächlich doch sehr schimpft. Ich bin schnell genervt von denen und, äh, ja, also das, ein Beispiel fällt mir jetzt nur ein, bei Evil Within gibt's auch noch einen weiblichen Charakter, den man in einem DLC spielt und die aber auch in der Story vorkommt. Und ich hab jetzt nicht genau herausgezamüsert, warum die mir auf den Senkel gingen, aber die gingen mir halt die ganze Zeit auf den Senkel. Und dann hab ich gehört, so, ja, Evil Within kriegt DLCs und in einem DLC hat man sie gespielt und da wusste ich direkt so, okay, brauch ich nicht anrühren. Hab ich keine Lust drauf. Da hab ich eher irgendwie, also wenn ich jetzt, ja, abgesehen von Silent Hill und Resident Evil, da sind die Charaktere ja so ein bisschen, ich sag mal schon mehr oder weniger schon ein bisschen ikonisch mit, äh, Lian oder mit, äh, Jill Valentine und so weiter. Aber ansonsten hab ich immer das Gefühl, dass bei ganz vielen Spielen der Charakter einfach so austauschbar ist, hab ich das Gefühl. Geht's jetzt nur um den Hauptcharakter oder auch um die anderen? Also ich glaub auch so Nebencharaktere. Ja, geht's um die guten oder auch um die Gegner? Sowohl als auch, würd ich sagen. Also viele sind irgendwo ein bisschen austauschbar. Natürlich, ähm, es müssen irgendwie noch andere Charaktere im Spiel vorkommen, ne, irgendwelche, äh, klar, Endgegner, Bösewichte und so weiter, ähm, vielleicht die ein oder andere gute Seele, die dir da vielleicht noch ein bisschen helfen könnte oder sowas, ähm, aber vor allem beim Hauptcharakter ist es oft so, dass die sehr schnell austauschbar sind, hab ich das Gefühl. Also, Mir ist nur wichtig, dass die Gegnercharaktere, dass jetzt, äh, Bosse oder normale Clane sind, wie, weil das soll für mich gut gemacht sein. Die guten, denen ich spiele, das ist mir total latte. Das ist mir komplett egal. Ja, genau. Das ist auch das beste Beispiel wie das Hintel 2. Das ist mir wirklich egal. Es ist mir egal. Ich find den Typ komplett uninteressant. Mir ist das total wurscht. Oh, aber er hat so eine interessante Geschichte. Ja, das dachte ich mir auch. Ich hab auch Sintel 5 gespielt und Sintel 5 ist Tera-Fuzzi und also zumindest, äh, also so, so wird er am Anfang ja publiziert. Also er hat ja eine Tera-Jacke und sowas, ne? Und er kann ja auch irgendwie besser kämpfen. Äh, Homecoming meinst du jetzt, ne? Ja, Homecoming. Ja. Und, äh, das ist mir auch egal. Das ist okay. Das ist mir wurscht. Ja, äh, Homecoming war auch nicht der beste Teil der Serie, äh, davon mal ganz abgesehen. Ich find den immer noch besser als Resident Evil 5 und 6, ne? Ja. Gut. Ähm, ich find den immer noch besser als Evil Within. Sorry, weil das grad eben genannt wurde. Kein, kein Problem. Also ich hab auch die Fehler von Evil Within im Auge. Es ist nicht perfekt. Es hat halt nur ganz viele Tropes, die ich mag, bedient und deswegen find ich das so gut. Also ich war reingebated mit meinen Tropes, hab's gespielt, hab's natürlich gut gefunden, weil ich meine Lieblings-Tropes in ganz vielen anderen Spielen nicht mehr hatte. Und zack, easy money. Also da sag ich, ich bin plump. Hm, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, zum Abschluss einfach, äh, was ist einer eurer liebsten Horrorspiele? Oder Spielreihen, wie auch immer. Habt ihr da was? Ansonsten fang ich gerne an. Ähm, abgesehen natürlich von Silent Hill, Herrgott, wie es jeder weiß, äh, großer Fan von der Silent Hill-Reihe. Äh, hatte gute Teile, hatte schlechte Teile, ähm, ja, mal ganz davon abgestellt. Fand ich sehr gut, weil, jetzt kommt das Weil, das ist mir nämlich wichtig, weil es hat eine unglaublich fesselnde Atmosphäre, ähm, eine beklemmende, surreale Atmosphäre, sag ich mal, die viel Spielraum für Interpretationen lässt, aber trotzdem immer ziemlich spannend war. Ähm, abgesehen davon muss ich sagen, jetzt wo ich gerade über, überlege, welches Horrorspiel ich noch sehr gerne mochte und ich glaube, das war Eternal Darkness für die Gamecube von Nintendo. Hätte ich nicht gedacht, dass Nintendo überhaupt ein gutes Spiel, äh, ein gutes Spiel nicht, aber ein gutes Horrorspiel rausbringen kann. Ähm, ja, kennen vielleicht nicht ganz so viele. Eternal Darkness, ähm... War ich noch so grob in Erinnerung? Ja, war ein Spiel, wo man verschiedene Charaktere gespielt hat, also man hat einmal den Hauptprotagonisten gespielt, der war in einer großen, oder Hauptprotagonistin, äh, die war in einer großen Villa, weil ihr Onkel irgendwie ermordet wurde und sie sollte das ein bisschen aufklären. Man findet dann überall so ältere Bücher oder Aufzeichnungen, liest darin und während sie liest, spielt man sozusagen die Person, die in dem Buch vorkommt. Also man spielt, lass mich nicht lügen, sieben, acht verschiedene Leute und, äh, hat dann jedes Mal so eine eigene kleine Geschichte mit, äh, Gegnern und so weiter. Ähm, was das Spiel interessant macht, äh, war der Wahnsinnsbalken, äh, will ich ihn mal nennen. Also wir hatten neben dem roten Balken für, für Leben und dem blauen Balken für Mana hatten wir auch noch einen grünen Balken. Der stellte nämlich die, ja, psychische Belastbarkeit dar sozusagen und wenn der auf null gefallen ist, war das super geil, weil dann sind plötzlich mega viele skurrile Sachen passiert einfach. Also, ähm, du gehst in einen Raum rein und plötzlich fallen dir alle Körperteile ab. Du liegst zerstückelt auf dem Boden, dann kommt eine kurze Einblende und du stehst wieder im Raum am Anfang drin. Ähm, Alter. Oder es fließt Blut von, von, von den Wänden runter oder, ähm, keine Ahnung, solche verschiedenen Sachen. Es gab sogar eine Stelle, das fand ich sehr witzig, da hat dir das Spiel vorgegaukelt, ähm, es würde deinen Spielstand löschen. Und man sitzt da so und denkt sich so, nein, nein, mach das nicht, mach das nicht und dann war das halt alles nur so ein Fake sozusagen und man dachte irgendwie, das Spiel wäre abgestürzt oder so. Das ist gemein, aber richtig cool. Es gab wirklich ziemlich coole, äh, Sachen, die, die man mit diesem Sanity-Effekt machen konnte und, äh, deswegen, also das Spiel war echt ganz cool, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also meine Lieblingsreihe wäre wohl Silent Hill, aber an sich mache ich das eigentlich nur fest an drei Spielen und das ist halt eben Silent Hill 2, Silent Hill Homecoming und Silent Hill Downpour. Und, und, und Silent Hill Homecoming und Downpour sind ja gar nicht mal so gut, daher, aber trotz dessen finde ich sie ganz gut, ich mag den, das, was, wie es Silent Hill angeht, okay. Grob gesagt, ich mag, dass es gruselig ist, ich mag, dass es, ich mag die Musik. Oh, ja, von Akira Yamaoka. Wundervoll. Ich finde, ich finde es nur toll, wenn ich, äh, in einem Hotel unten rumlaufe und dann denke ich, äh, und dann, dann läuft so ein, so ein Sound, als wenn ich gerade auf einer Industriebaustelle wäre und ich denke nur, what the fuck, so, das, das sind so Elemente, die mir nicht so gefallen. Also die, die Sounds meinst du ja. Ja, sowas, das ist, ne, die, die eigentliche Musik ist mir komplett egal. Mir geht es um die Sound. Die ist fantastisch. Mir geht es um die Soundeffekte, dieses Ganze, auch dieses Radio, das Radio war der Grund, warum ich das Spiel so geil fand. Dieses, ich gehe irgendwo rum, höre das Radio und denke, ach, nein, so, so. Und dann sehe ich so im Hintergrund aus diesem Nebel sogar zwei von den Viechern, statt nur eins kommen und ich denke nur, oh nein, oh nein, oh nein, so ungefähr. Das fand ich echt gut. Also, das ist der Grund, warum es Silent Hill fällt, auch. Und, und Pyramid Head, die, die ikonische Figur war natürlich auch ziemlich super. Das fand ich im Spiel, aber nicht mal so gruselig, muss ich sagen, halt, der war für mich halt einfach da. Oh, ich fand tatsächlich auch andere Gegner, zum Beispiel gruseliger, muss ich sagen. Ja, aber er war trotzdem ziemlich cool. Trotzdem bringt es mir in der Horrorspiel-Saison in der Regel nicht so. Ansonsten kann ich halt Spiele nennen, an denen ich irgendwas ziemlich gut fand. Also, ein gutes Beispiel wäre, äh, West and Evil 4 sogar, witzigerweise. Das Spiel fand ich insgesamt, das Horrorspiel kam, nur so gut. Aber es war mein erstes Horrorspiel, das müsste man betonen. Als es, Entschuldige, als es damals rauskam für die Gamecube, äh, muss ich sagen, fand ich das auch ziemlich gruselig. Wobei ich das vor kurzer Zeit mal wieder gesehen hab und das dann überhaupt nicht mehr gruselig war. Also, es ist halt so, dass, ich fand das damals schon nur teilweise gruselig. Und zwar ist es halt so, ich finde, 95% des Spiels nicht gruselig. Okay. Es gibt aber so zwei, drei Stellen, die so ein bisschen unerwartet sind. Und die sind auf einmal so extrem gruselig. Das eine ist, man läuft, äh, das ist jetzt ein Spoiler. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gespielt habt. Das ist Resident Evil 4. Das ist mega alt, da können wir gerne spoilern. Gut, ich hab ja schon gesagt, es ist ein T3, bin nicht spoilern, weil ich es noch Spiele will, ne? Aber, ähm, gut, bei Resident Evil 4, äh, also es gibt so eine Stelle, da muss man mit der, der Charakter, der man die ganze Zeit halt, ähm, beschützt, die, die Ashley, glaub ich, äh, muss man mit der, die muss man steuern. Und dann läuft man durch so ganz, ganz dunkle Gänge, was in dem Spiel auch schon ungewöhnlich ist, weil das Spiel gar nicht so dunkel ist. Und, äh, und dann läuft man einfach so rum, man muss halt so kleine Aufgaben erfüllen, und dann hört man, äh, sieht man überall immer so Ritterrüstungen, und diese Ritterrüstungen fangen immer an, also, die stehen einfach nur, man denkt sich so, oh je, oh je, oh je, und wenn man sie Aufgabe erfüllt hat, hört man auf einmal eine der Ritterrüstungen rumlaufen. Das ist eine ziemlich große Stelle, also, das war echt, das war, wow. Ich, ich, ich fand die Szene ganz gut, muss ich sagen, wo es dieses komische Vieh auf einen zukam, was sich immer wieder regeneriert hatte. Ja, das wollte ich gerade sagen, das hat mich halt geprägt, wo ich gesagt habe, wow, Horror. Nämlich die Regenerators. Das, als, als ich die das erste Mal im Spiel gesehen habe, und, äh, die da noch mehrmals aufgetaucht sind, das war heftiger als ein Silent Hill, fand ich Teil 2, weil das ist einfach, äh, die waren gut umgesetzt. Als, wenn das gesamte Spiel so gewesen wäre, wow. Ja, vor allem diese Panik dabei, weil man am Anfang nicht wusste, wie man die umbringen kann, oder ob man die überhaupt umbringen konnte. Das war eine gute musikalische Untermalung, also mit diesem Soundeffekt und so hindran, und wie die so geröschelt haben, die haben die ganze Zeit so, kann ich gerne das Geräusch nochmal machen, Skopi. Aber, unbesprechend wie der zweite aufgetaucht ist, man macht den ersten kaputt, geht aus dem Raum raus, und da hat man nochmal so ein Geräusch, und da muss man links um die Ecke rum, und dann kommt das Ding irgendwie so von hinten an gelawatscht. Das ist, das ist creepy wie Sau. Ich glaube, ich sollte echt noch ein paar Resi-Teile nachholen. Ja, das ist nicht verkehrt. Also, gerade, also, Resi 4 insgesamt ist ein gutes Spiel, aber allein nur mit dieser Zähne, ist es vielleicht gar nicht verkehrt. So, und nur ganz schnell jetzt noch N2-Horrorspiele, die ich jetzt wirklich auch sagen würde, hey, die sind gruselig, deshalb finde ich sie gut. Das eine wäre halt Outlast, das andere wäre Slender, und Dead Space war halt auch gruselig, aber... Doch, ich fand den ersten Teil vor allem ziemlich gut für damalige Zeit. Wie gesagt, aber genau wie bei den anderen, die Action verkräbt nachher halt eben den Horror, und das ist halt... Also, aber trotzdem fand ich es ziemlich cool, und es hat mir Spaß gemacht, und es war ein gutes Spiel. Okay, Yoko, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, du bist eine kleine Schissbuchse, aber... Ja, tatsächlich habe ich nicht so die große Auswahl, weil, wie gesagt, ich habe halt zu viel Angst, die wirklich selber zu spielen, aber das ganze Silent Hill-Universum, das hat mich tatsächlich so reingezogen, das war halt... Wir reden jetzt alle drei über Silent Hill. Ein Traum ist wahr geworden für mich. Und ja, erst mal die Charaktere, was, also, wie die Welten ja aufgebaut sind und was da eigentlich alles kaputt ist, hängt ja eigentlich von denen auch noch so mit ab. Und das dann halt so zu erleben, selbst wenn man sich nicht mit denen identifizieren kann, ich weiß jetzt nicht, wie der Vogel mit dem Raum hieß, aber der war ja teilweise völlig gefühlstot. Und also da konnte ich mich nicht mit identifizieren, der hat ja gefühlt irgendwie auf gar nichts rational reagiert. Aber trotzdem, wie das storytechnisch aufgebaut ist und sich immer ausweitet und am Ende, wie so ein ganzes zusammenkommt, das fand ich immer mega und teilweise auch spielübergreifend. Und ja, also ich bin sowieso jemand, der da dann voll drin aufgeht und dazu ist es dann halt auch richtig gruselig und weiß halt mit seinen Stilmitteln richtig gut zu arbeiten. Und es ist halt, also jetzt Downpour war jetzt meiner Meinung nach nicht so mega gruselig, weil, keine Ahnung, teilweise fand ich diese Wolverines in der Stadt witzig, aber trotzdem hat es dann noch so Elemente eingebracht mit diesen komischen Polizeisirenen und so, dass das halt wieder so ein bisschen verzerrt klang, dass es halt doch wieder so seinen unheimlichen Touch hatte und die sich auch so trauen, mal so eine neue Gegend anzufassen, aber dann nicht plötzlich irgendwo in brütender Sonne auf den Canyon hocken und das irgendwie so versauen. Also halt auch schon so wussten, okay, in diesem Rahmen können wir uns bewegen und das Ganze noch auf so einem Level halten und auch so bei mehrmaligen Spielen, so zum Thema Jumpscares. Also ich hatte Downpour mehrfach auch im Let's Play gesehen mit einer Freundin angefangen und als ich mit einer Freundin gespielt habe, da hatten wir beide so miese Jumpscares an einigen Stellen, wo sie mit ihrem Freund, da ist nichts passiert, als sie das gemacht haben. Ich habe im Let's Play davon nichts gesehen. Also ich weiß nicht, wie die das da handhaben, aber da ist es mir ziemlich krass aufgefallen, dass mir auch die Platzierung der Jumpscares, wenn es halt nicht so eine Passiert-Jedem-Dinger-Wahn eigentlich auch sehr gefallen haben. Ich muss auch sagen, das Stilmittel war auch ganz gut gelungen. Silent Hill hat ja immer so ein bisschen ausprobiert mit seinen Stilmitteln, also Shattered Memories mit dem Eis zum Beispiel, wie Downpour mit dem Wasser dann sozusagen. Aber sie sind mehr oder weniger, jetzt abgesehen vielleicht von ein, zwei Titeln, ziemlich ihrer Linie treu geblieben und ich muss sagen, Downpour hat das ganz gut gemacht, dass man das alte Silent Hill genommen hat, man hat neue Sachen hinzugefügt, aber die haben sich relativ gut, muss ich sagen, in das Spiel eingefügt, muss ich sagen. Also das Element mit dem Wasser fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Dann hattest du die Untergrund-U-Bahn, wo du von A nach B fahren konntest. Ich habe die Mechanik nicht verstanden. Ich habe gelaufen in der U-Bahn, halbe Stunde und habe nicht verstanden, was ich da machen kann und da bin ich dann mal rausgelaufen. Ja, auf jeden Fall sind viele Sachen dabei gewesen, die neu waren, aber trotzdem irgendwie das gut abgerundet haben, trotzdem noch, finde ich. Also ein bisschen auf den neueren Stand gebracht einfach. Fand ich ziemlich cool. Und natürlich... Und die X, die sie an ihrer eigenen Spiele immer noch gemacht haben, das fand ich auch immer ganz nice. Ja, vor allem bei Silent Hill. Ja, ich glaube, die meisten müssten mindestens fünf Endings haben. Wenn nicht alle. Also mindestens fünf verschiedene Endings. Dann müsste ich noch mal gucken, wie es war. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin mir auch gerade jetzt nicht ganz so sicher, aber ja. Vor allem zum Beispiel das UFO-Ending, das klassische zum Beispiel, finde ich auch mal ganz witzig. Ich habe keine Endings aus Dreier-Spoilern, weil ich noch Spiele will. Und auch Daumenpur bin ich noch nicht fertig. Ja, aber so ein UFO-Ending, glaube ich, hat jeder Teil. Deswegen ist das immer ganz witzig. Aber eben muss ich auch noch mal sagen, das ist mir dann halt, als jemand der Story egal ist, dann zum Beispiel wurscht. Ich spiele es immer durch und dann hat sich das. Weil ich mir dann denke, es ist mir egal, welches Ending ich bekommen habe. Es ist mir total wurscht. Und dann, vielleicht finde ich eins witzig, ist klar. Ich weiß, das ist die witzigen, wie das UFO-Wort ist, was du gerade gesagt hast. Ich habe noch kein Horrorspiel mehr als einmal durchgespielt, okay? Skorpi möchte sich einfach nur gruseln. Und ich finde, das ist ein guter Punkt fürs Ende einfach. Ich wollte aber noch ein Spiel erwähnen, was ich vergessen habe. Resident Evil 7. Horrors. Das ist richtig gut. Nicht spoilern. Ja, ja. Das ist wirklich richtig gut. Wir spoilern nicht, aber... Ich sage schnell Tschüss einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut bei den anderen gerne vorbei und lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Ihr kennt das Ganze. Und bevor jetzt Skorpi weiter spoilert oder so... Ich spoilern nichts. Wir hören einfach auf mit der Folge. Tschüss. Ich habe doch selbst Angst vor Spoiler.